Als nächstes machen wir es uns ein bisschen einfacher und zwar einfacher in Bezug auf das Autoausfüllen. Ich führe dazu erstmal die erste gewünschte Rechnung hier aus, nämlich 1402 plus 661 über Zellbezüge, also B13 plus C13. Klicke dann mit der linken Maustaste und ziehe das Ganze bei gedrückter linker Maustaste nach unten. Der Autoausfüllenbereich ist länger als das ganze Fenster. Excel verschiebt automatisch das Fenster mit und es geht weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und das ist ja Wahnsinn. Also das scheint doch irgendwie sehr mühselig zu sein. Schauen wir mal wie weit das ganze noch gegangen wäre. Ich gehe mal nach unten noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter und wir wären offensichtlich bis hier unten zur Zeile 5163 gegangen. Gibt es also eine andere Art und Weise in so einem Tabellenblatt zu navigieren? Ja, gibt es und dazu gehe ich mal wieder nach oben. Das, was wir jetzt erstmal lernen, ist das Navigieren in Tabellenblättern mit den Pfeiltasten. Ich klicke dazu mal auf unser erstes Pluszeichen hier und drücke jetzt die Pfeiltaste nach unten. Was dann passiert ist, dass sich die aktive Zelle nach unten verschiebt. Pfeiltaste wieder nach oben, dann verschiebt sich die aktive Zelle wieder nach oben. Pfeiltaste nach rechts, dann verschiebt sich die aktive Zelle nach rechts und Pfeiltaste nach links, dann verschiebt sich die aktive Zelle nach links. Das hilft uns noch nicht so richtig viel. Drücken wir aber mal zusätzlich die Steuerungstaste und drücken dann die Pfeiltaste nach rechts. Was jetzt passiert ist, Excel überspringt eine Zeile und springt direkt zur Zelle D14. Ich drücke noch mal die Pfeiltaste nach rechts, jetzt springt Excel zur Zelle F14. Noch einmal nach rechts, jetzt hat Excel gar nichts übersprungen. Noch mal die Pfeiltaste nach rechts, dann springt Excel zur nächsten ausgefüllten Zelle. Noch mal nach rechts, wieder zur nächsten ausgefüllten Zelle und noch mal nach rechts. Und jetzt sehen wir, Excel ist zur letzten Zelle im Datenblatt gesprungen und das ist die Balte XFD. Schnell mal zurück zum Anfang, ich drücke Steuerung, Pfeil nach links und zwar so oft, bis ich wieder ganz am Anfang des Datenblattes bin. Wir können also mit Hilfe der Steuerungstaste und den Pfeiltasten große Zellbereiche überspringen. Wenn wir also diese Zelle hier markieren und dann Steuerung, Pfeil nach unten drücken, dann springt Excel bis ganz zum Ende des mit Werten ausgefüllten Bereiches. Drücken wir jetzt wieder Steuerung, Pfeil nach oben, überspringt Excel den gesamten Bereich aller ausgefüllten Zellen bis zur ersten Zelle und wir sehen, dass darüber unsere Tabelle gerade beginnt. Die zweite Taste, die wir kennenlernen müssen, ist die Shift-Taste, also die Umschalttaste. Das ist die Taste, mit der wir groß schreiben können. Wenn wir die Shift-Taste mit den Pfeiltasten benutzen, dann markieren wir Zellen. Das ist dasselbe, als würde ich diese Zellen mit der Maus markieren. Wenn ich also die Umschalttaste gemeinsam mit dem Pfeil nach rechts drücke, dann markieren wir nach rechts. Wenn ich sie gemeinsam mit dem Pfeil nach unten drücke, dann markieren wir nach unten. Und wenn ich jetzt wieder den Pfeil nach links drücke, dann werden einige Zellen wieder entmarkiert. Und diese beiden Prinzipien können wir verbinden, um uns das Autoausfüllen leichter zu machen. Was tun wir? Wir wollen zuerst mal alle gerade Autoausgefüllten Zellen wieder löschen und nur die erste Berechnung, die zur 2063 geführt hat, stehen lassen. Dafür setzen wir unsere aktive Zelle auf die erste gerade Autoausgefüllte Zelle, drücken jetzt Steuerung, Umschalt und den Pfeil nach unten. Was wir sehen ist, dass Excel markiert und gleichzeitig springt. Wir haben also alle Zahlen markiert und das sehe ich, wenn ich hier das Fenster mal wieder ein bisschen nach oben bewege mit dem Scrollbalken, dann sehen wir tatsächlich sind alle Zahlen, die wir gerade markieren wollten, auch tatsächlich markiert. Wenn ich jetzt die Entfernen-Taste drücke, dann sind alle Zahlen weg. So, wie bekomme ich nun diese Zahl hier einfach nach unten Autoausgefüllt? Dazu drücke ich zunächst mal Steuerung C, also sehe diese Zahl zum Kopieren vor. Gehe jetzt mit den Pfeiltasten 1 nach links. Nun springe ich ganz ans Ende, drücke also die Steuerungstaste, Pfeil nach unten und gehe jetzt wieder eine Zelle nach rechts, wieder mit der Pfeiltaste. Jetzt bin ich am Ende des Autoauszufüllenden Bereiches. Was ich jetzt nur tun muss, ist den gesamten Bereich markieren und zwar inklusive der gerade zum Kopieren vorgesehenen Zelle. Wie mache ich das? Na, ganz einfach. Ich drücke Steuerung, Umschalt, Pfeil nach oben. Wir sehen, dass alle Zellen markiert sind und wenn ich jetzt einfach Steuerung V drücke, dann wird Auto ausgefüllt. Das ging schnell und das Ganze probieren wir nochmal. Um wieder an den Anfang zu kommen, drücke ich also Steuerung, Pfeil nach oben und zwar so lange, bis wir wieder ganz am Anfang des Datenblattes sind und üben das Ganze nochmal. In der nächsten Tabelle, da müssen wir die Potenz rechnen. Wir geben also in unsere erste Zelle ein, gleich 16, Dach, dann die Leertaste, denn wir können ja jetzt keine zweite Zelle markieren. Das wird von Excel nicht akzeptiert, um das Dach einzufügen, sondern müssen die Leertaste drücken. Dann entsteht das Dach und nun können wir die Potenz anklicken und drücken Return. So, wie war das gerade noch? Wir markieren die Auto auszufüllende Zelle, drücken Steuerung C zum Kopieren, gehen dann einmal nach links, Steuerung, Pfeil nach unten, sind zum Ende des Datenbereiches gesprungen, Pfeil nach rechts. Jetzt sind wir schon mal in der Spalte, die wir Auto ausfüllen wollen und müssen jetzt nur noch alle Zellen in dieser Spalte, die wir ausfüllen wollen, markieren. Drücken dazu also Steuerung, Umschalt, Pfeil nach oben, springen bis ganz nach oben und können jetzt Steuerung V drücken. Ich klicke wieder Steuerung, Pfeil nach oben und zwar so lange, bis ich wieder am Anfang des Tabellenblattes bin. Ich möchte euch noch zwei Dinge zeigen. Um euch diese zwei Dinge zu zeigen, muss ich die gerade Auto ausgefüllten Zahlen erstmal wieder löschen. Wie das geht, das erinnern wir noch. Wir aktivieren dazu erstmal die erste Zelle, die wir löschen wollen, drücken dann Umschalt zum Markieren, Steuerung zum Springen und Pfeil nach unten und drücken dann Entfernen. Jetzt sehen wir nur noch die erste Formel hier, die wir jetzt Auto ausfüllen wollen. Ihr könntet euch jetzt fragen, Moment mal, ich könnte doch einfach Steuerung C drücken und jetzt Umschalt, Steuerung, Pfeil nach unten, dann wird doch auch nach unten gesprungen. Ja, aber schauen wir mal, wie weit Excel springt. Excel springt bis ans Ende des kompletten Datenblattes. Es markiert also alle Zeilen bis hin zur Zeile 1.048.567. Das ist nicht der Sinn der Sache. Schnell Steuerung und Pfeil nach oben drücken, um wieder an den Anfang unseres Datenblattes zurückzukommen. Das geht also nicht. Deswegen müssen wir diesen etwas umständlicheren Weg mit Pfeil nach rechts, Pfeil nach unten, dann wieder Pfeil nach rechts, Pfeil nach oben und so weiter gehen. Zweitens kann man sich fragen, naja, solche Dinge kommen doch nicht so oft vor. So viele Daten hat man doch eher selten. Warum soll ich mir diese komplizierte Herangehensweise merken? Erstens sind lange Datensätze nicht so selten, wie man denkt. Aber zweitens hilft uns diese Tastenkombination auch beim Autoausfüllen von weniger als 5000 Zeilen, zum Beispiel von nur 20 Zeilen, ganz erheblich. Ich zeige euch nämlich mal, wie schnell das eigentlich gehen kann. Ich habe diese Zelle hier zum Kopieren vorgemerkt. Und jetzt gehe ich mal unsere Tastenkombination, Pfeil nach links, Steuerung, Pfeil nach unten, Pfeil nach rechts, dann Steuerung Umschalt, Pfeil nach oben und Steuerung V so schnell durch, wie ich das eigentlich machen würde. Also zur Kopierende Zelle einfach nochmal anklicken und jetzt Pfeil nach links, Pfeil nach unten, Pfeil nach rechts und Auto ausgefüllt ist es. So schnell kann das gehen. Und ich bin sicher, dass diese Methode schneller ist als jede Form des Autoausfüllens mit Hilfe des Autoausfüllen-Quadrates, selbst dann, wenn wir nur drei Zeilen Auto ausfüllen wollen. Die Umschalt und die Steuerungstaste, die helfen uns aber auch dann, wenn wir nicht Auto ausfüllen wollen, sondern nur einen sehr langen Zellbereich markieren wollen. Ein Beispiel dafür sehen wir hier. Ich möchte in dieser Zelle zur Zahl 42, also gleich K12, die Summe aller darunter befindlichen Zahlen addieren. Ich würde also nun die Summenformel verwenden, Klammer auf, und möchte nun den gesamten Zellbereich hier markieren. Wenn ich das mit der Maus machen würde, dann bin ich ewig beschäftigt, denn auch das sind wieder über 5000 Zeilen. Ein Wahnsinn, das können wir auf keinen Fall von Hand machen. Wie würden wir das also mit Hilfe von Tastenkombinationen machen? Nun, wir markieren zuerst mal mit der Maus die erste Zelle, drücken dann Steuerung, Umschalt und den Pfeil nach unten. Und jetzt haben wir den gesamten Zellbereich markiert. Wir sehen das hier oben in der Formelübersicht. Der Zellbereich, der hier angegeben ist, das ist J17, die Zelle, die wir gerade zuerst markiert hatten, bis J5167. Und das stimmt. Wir schließen also unsere Klammer, drücken Return und haben die richtige Zahl berechnet. Es gibt nur eine einzige Sache, auf die wir bei der Benutzung der Steuerungstaste aufpassen müssen. Und die zeige ich euch jetzt. Wir wollen in dieser Zelle mal dasselbe machen wie gerade. Wir wollen also zur Zahl 42 in Zelle N12 die Summe aller darunterliegenden Zahlen addieren. Wenn ich jetzt wieder so vorgehe wie gerade, ich klicke also die erste Zelle des zu markierenden Bereiches an, drücke Steuerung, Umschalt, Pfeil nach unten, dann springt Excel nach unten. Aber wenn ich das Fenster ein bisschen weiter nach unten scrolle, dann sehen wir, dass Excel irgendwo mittendrin gestoppt hat. Warum auch immer, vielleicht ist das ein Eingabefehler oder ich wollte euch einfach nur ärgern. Um diese Zelle zu überspringen, drücken wir einfach nochmal Steuerung, Umschalt, Pfeil nach unten und jetzt nochmal Steuerung, Umschalt, Pfeil nach unten. Und jetzt sind wir ganz unten am gewünschten Zellbereich. Wir müssen also ein bisschen aufpassen mit dieser Steuerungstaste, denn das Überspringen, das funktioniert immer nur in Zellbereichen. Und wenn der Zellbereich zwischendurch unterbrochen ist, dann müssen wir vielleicht ein paar Mal öfter Pfeil nach unten drücken, um tatsächlich bis zum Ende des Zellbereiches, den wir haben wollen, zu springen. Wenn wir zu weit gesprungen sind, also wenn ich jetzt einfach noch einmal die Taste Pfeil nach unten gedrückt hätte, dann sind wir wieder am Ende der gesamten Datendatei. Das wollen wir nicht. Also drücken wir nochmal Steuerung, Umschalt und jetzt aber Pfeil nach oben und springen wieder zurück. Drücken wir nochmal Pfeil nach oben, springen wieder zurück, nochmal Pfeil nach oben, springen wieder zurück, nochmal Pfeil nach oben. Und wir sind wieder am Anfang. Also man kann beliebig rumspringen mit Pfeilen nach rechts, nach oben, nach unten, nach links und so weiter. Probiert das einfach mal ein bisschen aus und ihr werdet ein Gefühl dafür bekommen, welche Logik Excel anwendet, wenn wir die Steuerungstaste drücken. Ich muss unsere Formel noch abschließen, also Klammer zu und Return. Und wir sehen, das Rechenergebnis ist ein bisschen anders, ist ja auch klar, es fehlt ja zwischendrin eine Zelle.